Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier wieder zu 4Story. Gott, wo war denn hier dieser Sicherheitscode? War das der hier? Okay, ist entsperrt. Ja, beim letzten Mal, in der letzten Aufnahme, hatten wir ja hier im Höllenlabyrinth und ja, was soll ich sagen? Ich bin grandios. Gescheitert, deswegen einmal weg. Was ist hier? Spüre die Nostalgie. Okay, und Geisterpolitur. Ähm, komm, weg, weg damit, einfach weg damit, weil, äh, ja, das schaffe ich eh nicht. Ähm, ja, ähm, es ist natürlich schon ewig lange, gefühlt Jahre her, dass ich wieder 4Story gespielt habe. Ähm, äh, zufälligerweise kam heute unter meinem, ähm, ich spiele ja gerade die, äh, bei Pokémon, die silberne Edition, ähm, eine Frage, ob ich wieder 4Story spiele. Ähm, ja, die auf, äh, also, es war sowieso geplant heute, die Aufnahme zu machen. Ähm, es wird aber, ähm, wieder, äh, so wie es war, wie es geplant ist, also so wie ich es in letzter Zeit auch hab. Ähm, ähm, ja, es werden halt, ähm, ja, es wird halt immer nur, ähm, Montag, äh, am Wochenende, äh, eine Folge geben. Ähm, sagen wir mal montags, also Samstag, Sonntag, Montag. Ich muss mal gucken, wir haben es momentan 12.39 Uhr, wenn ich das doch 16 Uhr veröffentliche, das sieht gut aus. Warte mal, ähm, na, wohl, nee, es lohnt sich, da lohnt es sich nicht, diesen Ring noch irgendwie großartig zu verbessern. Und ich muss dann sowieso erst mal gucken, wie das verbessern und so, dieses, das alles Funktionierte. Ähm, ähm, nee, komm, komm, solange es sich verkaufen lässt, lässt es sich verkaufen. Und, ja, kann ich das nicht irgendwie beschleunigen, dass ich hier mal, äh, draufdrücken muss? Ah, das ist, so, was haben wir hier, haben wir hier irgendwas? Ja, da muss ich das mal verzaubert werden. Nee, weg damit. Braucht man alles nicht, meine, die Formeln habe ich irgendwo alle im Verlies, so ist es nicht. Ähm, naja, aber, ähm. Ja, ich muss es mal hier, ja, wenn die Fähigkeitslevel führt, äh, nee, das, was ich habe, ist momentan halt alles viel, viel besser. Ja, gut, ich meine, man, ich, ich, ich müsste mich da halt mal wirklich mit dem, äh, verzaubern und so weiter, weil das habe ich ja alles noch. Hartlederjacke, der Flammen 82, verkaufe es nicht möglich, ausweichen plus, aber Widerstand plus 13, Level 34. Ähm, da müsste ich mal irgendwie gucken, weil ich glaube, dass mir wurde mal gesagt, ähm, dass ich dieses Zeug zum Verzaubern nutzen kann. Ähm, und ich habe ja noch, ähm, da so ein bisschen Zeug, was man, äh, ja, Formel des Fortbestandes und so weiter. Also von daher werde ich dann einfach mal, ah, wir haben noch versiegeltes Zeug, okay. So, ich weiß nicht, rei, Pferdepeitsche, kommt zwei Silber, weg damit. Krokodillederhelm auch, weg damit, weg damit, einfach alles weg, damit, dass ich halt wieder Platz im Inventory habe. So, äh, Heidenring, weg. So, äh, weg. Weg, äh, mal gucken, ob wir hier irgendwo ein lustiges Kostümchen finden. Geheimdokument, der kommt, die, die braucht man noch, weil ich da ja doch ab und zu mal hinreise und diese Masten, ja, was da ab und zu auch mal noch gebrauchen. So, zackig. Dann haben wir das hier, und, ähm, ah, wo war die Mystikerin zum Entsiegeln? Ah, ich weiß, dass ich schon mal gesucht hatte. Ah, hier haben wir es ja. Da ist er. So, also hast du es doch noch bis hierher geschafft. Ja, 129 Silber. Eieie, das ist natürlich einiges. Äh, und wie viel Silber habe ich? Ja, komm, wir... Und am Ende bringt das halt null Punkte. Na, komm, aber, ähm, ja, wir können sie wenigstens verkaufen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht in mich verlieben. Nee, ähm, hab ich ehrlich gesagt nicht vor. So, dann gehen wir jetzt noch mal zum Bänker. Zum guten Toledo. Ja, wir brauchen, äh... Wir brauchen den... Glückstrank, hallo? Ich möchte den Glückstrank entnehmen. So, ähm... Tinktur des Furtbestandes auf jeden Fall. Was war denn mit dieser Rune? Äh, zum Veredeln. Kann man auf jeden Fall zum Veredeln nutzen. Das ist gut. Oh, ähm... So, makelloser Edelstein. Ähm, Schriftrolle... Ne, Schriftrolle der Besinnung. Eigentlich kann das Ganze, äh... Wozu brauchen wir? Also, weiß ich jetzt nicht, wozu ich das brauche, damit das gesenkt wird. Oh, hier haben wir noch eine mittlere Tinktur des Furtbestandes. Ähm... Dann kann ich die nämlich hier mal wieder Tinktur des Furtbestandes. Was haben wir hier, Bri? Oh! Yep, auf jeden Fall. Und hier haben wir, äh... Magisch Gegenstand weiter verzaubern. Äh... Formel des Gesellen. Und das war mit dieser Rute. Der hatte ich ja auch mal noch. Okay, ähm... Den hier... Kommen wir erst mal hier wieder ins Fach rein. Formel des Erzmagiers. Formel... Wollte ich nicht. Formel des Gesellen. Hä? Irgendwas hatte ich doch jetzt, äh... Vormittlich. So, okay. Gut. Dann, ähm... Schauen wir mal, wie weit meine Fertigkeiten, Künste und so weiter gediegen sind. Wahrscheinlich... Oh! Ähm... Nein, danke. Äh... Wie komme ich denn jetzt wieder? Shit! Wie komme ich jetzt wieder zum Game? Zurück. Ähm... Ah, doch. Huh! Da war ich jetzt irgendwie drauf reingefallen. Ich wollte... Ah! Ich wollte bloß wegklicken, weil sowas hasse ich einfach. So, dann schauen wir mal. Äh... Glückstrank. Oh, ach. Ist noch Zeit übrig? Okay. Glückstrank und mit lauter Tintot ist... Ach so, ist sowieso noch übrig. Okay. Ähm... Brief des Meisters. Vormittes... Vormittes Gesellen. Vormittes Alchemisten. Ah, so richtig. Ach komm. Oh, nochmal. Ich... Also, was will ich denn... Was... Was möchte ich denn gerne verbessern? Ähm... Ähm... Wo ist meine Waffe... Das ist die Route der Ritterschaft. Und hier haben wir... Und hier haben wir die... Und hier haben wir die... Seefier... Wute. Okay. Dann... Gucke ich mal... Wute der Ritterschaft. In... Inwieweit... Ähm... Die ist mit der hier veredeln. Ein... Ich habe den... Ich habe den Glückstrank. Ich habe den mittleren Tintot... Und ich habe den Brief des Meisters. So, jetzt gucken wir mal... Einfach... Inwieweit... Ähm... Ja, probieren wir einfach mal... Unser Glück... Äh... Ja, komm... Wir probieren mal... Und... Die Veredelung war erfolgreich... Nice... So... Was... Was... Ich hatte mir jetzt... Natürlich nicht... Ähm... Toll... Ich müsste mir vielleicht mal... Die Werte... Auf... Schreiben... Aber ich... Guck mal... Was ist... Wenn ich den... Ver... Stärke... Ähm... Nein... Damit kann ich nicht verstärken... So... Also... Ähm... Ich guck einfach mal... Ich... So... Wir probieren einfach mal... Hm... Okay... Hat... Shit... Oh... Okay... Und... Hatten wir das... Was... Ich glaube es ist niedriger... Oder... Ich... Weiß halt nicht... Mit dem Edelstein... Bin ich mir halt... Nicht... Komm... Wir probieren es nochmal... Hm... Mano... Hm... Mist... Okay... So... Was... Hatten wir denn noch... Kann ich hier die Rune... Der Bündelung... Oder sowas... Zur Verbesserung... Schriftrolle... Der Besinnung... Formel des... Erz... Magiers... Hatte ich nicht irgendwo eine Schriftrolle... Ne... Eine Verbesserungsformel... Verzauberung... Das Ding ist ja schon verzaubert... Okay... Gut... Ähm... Dann hätten wir das schon mal... Eher nicht so erfolgreich... ...gemacht...